Ja gut, Kapitel 16, die Krönung. Ja, wie ich das sehe, sind wir fünf gegen einen, gegen den, der eine ist der Tod, der Ritter ist Tod, wir sind fünf gegen den einen, den Inquisitor, den müssen wir noch besiegen, dann wenn der Tod ist, ja, dann ist sein, seine Ritter werden uns nicht mehr angreifen. Und seine Schreckensherrschaft beendet und, ja. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Oh Mist, was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl, wir versuchen es durch die große Tür, aber passt auf. Die große Rattenblüsterung. Oh Melly, warte. Ist sie nicht, lach mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber, gib ihr ein bisschen Zeit, Ugo. Extingos hätte ich gern ein bisschen. Gibt mir noch mehr Materialien, damit wir uns auch ein bisschen Angriffsmaterial jetzt schon mal zusammen sammeln können. Mit Zeugern zum Angreifen. Zum Beispiel so was, Steine hier. Da haben wir genug von... Da können wir ein paar Wachen ausschalten. Steine. Sehr gut. Irgendwie werden wir brauchen. Auch davon. Oh, Wachen. Dann geht's schon gleich wieder zur Sache. Ne, das ist ein schwerer Uniform. Kriege mit dem Trank nicht raus. Habt Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Tja, also... Ich helfe ihm. Bleib hier. Das ist schlecht. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Den Kleinen kriege ich abgelenkt. Nein, so nicht. Das bringt auch nichts. Und ein Stein. Den ich nicht habe. Das ist schlecht. Nirgendwo. Ich habe keinen verfickten Stein mehr. Das ist schlecht. So geht es auch. So, dann hatten wir zum Glück noch einen Trank. Jetzt haben wir wieder Steine. So, zwei Steine. Die Glocken, die Kathedrale, Amesia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Und dann haben wir jede Menge Steine. Ich nehme jedes Materialium mit, was ich kriege. Materialien. Jetzt habe ich da keine Steine. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Retten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Steine werden hilfreich. Wie soll man hier rankommen? Ah, okay. Sekunde. Wir können mit. Wir können die Racken hinsetzen. Das Licht ist an. Sekunde, das kriegen wir noch hin. Dann kommen mit. Button. Okay. Warum brennt sie nicht schön? Weil der hinten noch nicht brennt, oder was? Das ist schlecht. Ich hätte noch einen Stein gehabt. Das ist ja, puh. Also. Dann behalten wir das erste Mal. Zwei Steine. Das sind die Retten. Sie sind hier. Unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Die ganze Stadt ist unterwandert von Ratten. Oh shit. Nur auf der Suche nach Steinen. Aber vielleicht kommen wir auch gar nicht an ihm vorbei. Das ist ja jetzt scheiße. Treffen muss man natürlich können. Mit zwei Steinen treffen, ist ja natürlich so ein bisschen... Das ist ja natürlich so ein bisschen... Hey, warum biebt die Erde? Das sind die Retten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wo kommt das nur her? Deine Dummheit. Das scheint mir also... Sie kommen nicht raus, wenn ihr nicht hell ist. So. Beständchen. Sehr schön. Die kann ich gebrauchen. Okay, hier kann ich nichts tun. Ich kann keinen Ofen ausmachen. Oder auch nicht. Ich will noch Pulver verschwinden. Hier ist es jetzt aber dunkel. Auch noch daneben werfen. Mach das Licht aus. Oha. Oh nein. Warten. Was ist das nicht aus? Dann habe ich wieder keine Steine übrig. Achtung. Na toll. Der Retten kommt mit. Das ist auch das nicht geklappt hat. Steinchen. Du willst mich doch verarschen. Einmal kann ich die Ratten nicht stören. Einmal kann ich Steine nicht werfen. Du bist mir echt Fahrer. Ich müsste mich verkehrt eiern. Ich muss es ja erstmal nicht ausmachen. Es wird jetzt wieder nichts mit den Ratten, aber... Das muss doch klappen. Du bist in Sicherheit, Rudrich. Bleib dich frei auf dem Weg. Bist du sicher? Ja, ich bin in Sicherheit. Na gut, der hat eine alterne Hand. Das ist halt unpraktisch. Komm her, Rudrich. So, Ratten. So, Ratten. Erstmal seinen Stein auswerfen. Interne. Warte, jetzt hat der Arme gerufen. Sind wir am Arsch. Zwei Laternen, die wir auch schalten müssen. Aber, wir kämpfen uns langsam voran. Achtung. Okay, als erstes nicht aus. Nicht aus. Nur die Ratten. Steine. Und seine Laterne. Und Ratten. Als ob... Fick dich, Spiel. Fick dich, einfach. Fick. Als ob... So. Hier, das Licht. Achtung, wachen. Ja, Achtung, wachen. Ich gehe es. Wie perfekt muss der Move sein? So, Steinchen. Und... Und jetzt Ratten. Du bist in Sicherheit, Rudrich. Bleib dich bei uns. Bist du sicher? Dann bist du nicht. Nicht die Bruna. Dann komm doch her. Okay, hier ist aber noch einer. Um... Um, möglichen Bogenschütze. Und mit den Ratten wenig. Na, ist es jetzt schlecht? Ja, jetzt. Aus. mein täglicher wecker okay ich muss warten 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 ich muss meine wecker auf eine ruhezeit stellen wie kommen wir da jetzt ungesehen ran am besten mit den ratten nix ja gut helfen erst mal rüber das war ja scheiße das ist schlecht das ist noch schlechter okay ich bin durch das chaos dort vorne nicht mehr durch das ist ein bisschen ist jetzt kurz vor dem finale das ist ja ach nein erzähl mir nix jetzt hier noch mal kein save point nach der sache oh man das spiel mich verarschen auf gut aufs gröbste steinchen so geht es auch das wird kein gutes ende boah ist in sicherheit buddrich bleib dich frei bist du sicher ja so sehr gut jetzt sollen den bogenschützen wie wir ihn ausschalten das ist mir ein großes rätsel so wahrscheinlich erst mal das licht über ihm ausmachen er steht hier direkt am licht da ist eine facke aber neben ihm vielleicht ist nischt ist nischt nicht getroffen schnaps gesoffen nicht getroffen schnaps gesoffen ich sehe da einen kiefig hups ach toll fantastisch die ratten müssten jetzt natürlich noch eingesetzt werden aber ohne den bogenschützen ja ohne den bogenschützen den bogenschützen müssen wir erstmal ausschalten oh ja es ist oh je das spiel ich ich das spiel ist großartig aber uff ich glaube das beschreibt es am besten uff so ständchen ach wo sind die beiden wachen kopf und laterne und ratten das kriege ich mittlerweile gut hin habe ich ja schon zum zwölften mal gemacht gefühlt so jetzt finden wir mal einen plan über die für den verdammten dampen und bogenschützen nach oben raus auskriegen mit einem steinchen haben wir das noch nicht hingekriegt den als erstes ausschalten den den bastard mit dem bogen den bogen bastard die wache du bist erledigt die wache okay er hat nicht die wache oha hier ist keiner 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 hier hey die gescheiße wie sollen wir diese massen von soldaten ausschalten das kann man ja auch noch auswendig lernen nach monatsten versuch kann wenn man zwei ist wenn man das muster hat dann kommt es wieder die dann kommt es wieder die ich finde euch okay den scheiß bogen schützen haben wir noch nicht ausgeschaltet vielleicht müssen wir das auch nicht nehmen ähm ich soll erst mal den hier am lenken scheinbar sind da ganz viele wachen wenn wir jetzt hier hinkommen und auf einmal alle alarmiert okay das ist schlecht wie ist der auf mich aufmerksam geworden das ist der der hinaus den er ausschalten sollte okay der hat eine Rüstung die wir ausschalten können warum tun sie es nicht okay der hat einen Helm auf steinchen alarmiert alle aber alle sind zu blöd auch noch den blöden logo schützen betrifft jemand betroffen als ob ich dachte wäre es hier gewesen dieses spiel manchmal hasst man es insgesamt